also hallo lieber mein freund hier ich habe das jetzt mal rausgeholt das sind jetzt hier die kühlwagen an der zahl kannst du ja dann mitzählen so bis hier und hier noch ein paar diverse güterwagen dann hier die ganzen kesselwagen so bis hier vor und hier die torbüchsen mit dem dazugehörigen gepäckwagen als das würde ich zum teil noch im original karton das würde ich veräußern wenn es geht natürlich komplett und überall medaille achsen drin in die wagons und ich würde für einen waggon vier euro verlangen ich denke das ist ein gemessener preis also ich lass mal hoch überleg das alles klar und tschüss